Enge Partnerschaft im Zeichen der Breze. Unter diesem Motto haben sich Mitglieder der Freie Wähler Landtagsfraktion mit Abgeordneten der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass zu einem Meinungsaustausch in München getroffen. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibl erklärt, warum dieser grenzübergreifende Kontakt so wichtig ist. Es sind beides hochtouristische Regionen, das Elsass, als ein Touristenmagnet in Frankreich und Oberbayern als Touristenmagnet in der Bundesrepublik. Also es gibt viel, was wir besprechen können. Auch das ganze Thema über Sinneserbe können wir auch mit einbauen, weil da haben die Franzosen schon eigene Erfahrungen, die sie uns hier weitergeben können. Also es ist eine rundum gute Kooperation und es macht auch viel Freude. Bei dem Termin ging es aber um mehr als nur darum, die bestehenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte zu pflegen. Die Abgeordneten wollten am Münchner Friedensengel auch ein Zeichen gegen Krieg und für mehr Frieden in der Welt setzen. Der europapolitische Sprecher Tobias Gotthard erklärt, warum das der Delegation ein ausdrückliches Anliegen war. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir den Krieg an der Grenze Europas in Europa, in der Ukraine erleben müssen, war es mir, war es uns gemeinsam wichtig, ein europäisches Zeichen des Friedens zu setzen. Aus Solidarität mit der Ukraine und als deutliches Zeichen der Verbundenheit mit den europäischen Partnern ließen die Abgeordneten anschließend auf dem Bordeauxplatz in Heidhausen weiße Tauben aufsteigen. Auch Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazzolo war dabei. Warum der europäische Zusammenhalt gerade jetzt so wichtig ist, erklärt Kai Littmann, Autor und Mitinitiator des Treffens. Wir leben heute in einer Zeit, wo Europa als Ganzes durchaus gefährdet ist. Die europäische Einheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Zusammenarbeit zwischen europäischen Regionen, wie zwischen Bayern und dem Elsass, wird immer wichtiger werden, auch in der Zukunft. Der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring ist überzeugt, dass Regionen wie Bayern oder das Elsass von großer Bedeutung für Europa sind. Europa wird unserer festen Überzeugung nach dann erfolgreich sein, wenn es ein Europa der starken Regionen ist. Und das Elsass ist eine starke Region, was ganz Besonderes in Frankreich. Wir hier sind als Bayern was ganz Besonderes in Deutschland. Gute Gründe also, um die freundschaftlichen Beziehungen weiter zu vertiefen. Mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Resolution noch während des Austauschs haben die Abgeordneten dafür den Grundstein gelegt. Der Präsident der europäischen Gebietskörperschaft Elsass, Frédéric Biary, zieht auch deshalb eine positive Bilanz des Treffens. D'abord, un grand moment de bonheur, de plaisir, d'échange dans la convivialité avec les élus de Bavière. Pour moi, c'était important de venir ici, de rencontrer les responsables politiques de ce territoire pour échanger sur des enjeux partagés entre la Bavière et l'Alsace. Et donc, ça s'est fait dans une très belle ambiance où on a fêté la paix et le lien franco-allemand qui nous est particulièrement cher. Nun gilt es, die Partnerschaft weiter auszubauen. Gelegenheit dazu haben die Abgeordneten schon nach der parlamentarischen Sommerpause. Dann wird die Freie Wählerfraktion im Elsass zu Gast sein.